Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 18 und in diesem Fall für die Handelstage vom 2. Mai bis 4. Mai etwas verkürzt. Wir haben es ja heute den 1. Mai Feiertag hier in Deutschland, aber in den USA die Märkte heute auch am Bewegen gewesen. Aber wir haben die wichtigsten Wirtschaftskennzahlen, die für diese Woche kommen, noch alle vor uns und zwar morgen am Mittwoch, den 2. Mai. Die Fett-Zinsentscheidung um 20 Uhr, also nach unserer Zeit hier in Deutschland, am Abend sehr, sehr wichtig zu beachten, denn es ist mit Volatilität zu rechnen. Und heute, auch gestern, die Märkte ja schon etwas in Bewegung gewesen. Am Montag der DAX noch nicht ganz so volatil, aber dennoch für einen Brückentag, wie es am Montag war, doch mit ungefähr 100 Punkten Schwankung gar nicht so schlecht. Aber es ist jetzt hier Mittwoch, Donnerstag und Freitag gegebenenfalls mit mehr Volatilität zu rechnen. Somit sehr, sehr wichtig, auch natürlich noch auf die nächsten Tage zu schauen und somit hier dann auch die Trading-Wochenanalyse etwas verspätet. Am Freitag dann auch noch wichtig, Non-Farm-Payrolls, also mit einer der wichtigsten Wirtschaftskennzahlen, die hier um 14.30 Uhr rauskommen. Da muss man auch drauf schauen, denn auch hier ist mit Volatilität zu rechnen, mit Bewegung zu rechnen und die Märkte könnten hier noch in der einen oder anderen Richtung Ausschlag oder Ausschläge haben. Das werden wir uns anschauen. Wie gewohnt dann auch unten in der Videobeschreibung die Zeiten für die jeweiligen Märkte. Also wenn man hier nur das Interesse für den DAX oder für den Euro oder für das Gold hat, was wir hier alles besprechen werden. Also wir sprechen über DAX, DAO, S&P, Euro, S-Dollar, britischen Pfund, Gold und die Ölsorten, Brent und WTI. Und wen dann hier zum Beispiel nur das Gold interessiert, kann unten in der Videobeschreibung entsprechend dann auf die Uhrzeit hinter dem Markt klicken. Und dann kommt man direkt zu der Analyse für den jeweiligen Markt. Wie auch gewohnt hier der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet darauf, dass ihr prinzipiell mit Stops arbeitet, dass ihr prinzipiell hier auch eben die Positionsgröße an euer Konto anpasst. All das, was ich hier sage, darf definitiv nicht als Handelsempfehlung gewertet werden, sondern nur als kleine Informationsquelle, um hier vielleicht die eine oder andere Sache, die einem selbst im Chart noch nicht aufgefallen ist, vielleicht in sein Trading mit zu implementieren. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann natürlich auf der Webseite von JFD Brokers. Da könnt ihr noch diverse Fragen zum Broker und zum Trading beantwortet bekommen, beziehungsweise findet natürlich auch den Support-Service und so weiter. Alles auf der Webseite und diese ist jetzt neu. Also definitiv hier mal drauf schauen. Also nochmal Wirtschaftszahlen Mittwoch, also morgen, 2. Mai, 20 Uhr, Verzinsentscheidung Donnerstag, 3. Mai um 11 Uhr, Verbraucherpreisindex aus der Eurozone. Auch wichtig, nicht ganz so wichtig wie Verzinsentscheidung und Non-Farm-Perils am Freitag. Aber dennoch hier auch definitiv mal drauf schauen. Und am Freitag, wie gesagt, 14.30 Uhr die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft, also die Non-Farm-Perils, auch hier ist mit Bewegung zu rechnen. Es ist auch damit, oder es ist prognostiziert, dass die Wirtschaftszahlen etwas besser werden, auch wie im vergangenen Monat. Und da schauen wir dann eben mal, wie der Markt da entsprechend drauf reagiert. Also Risikohinweis weg. Schauen wir auf die Märkte. Moment, hier habe ich noch einen Ordner offen. Und wir starten wie gewohnt natürlich mit dem DAX. Der DAX ja am Montag, ich mache hier mal den Tagesschart erstmal. Am Montag erstmal relativ unwolatil. Hier ist eben noch nicht viel Bewegung drin gewesen. Der Markt prinzipiell an einer sehr wichtigen Zone. Wir gucken uns das mal auf einer vereinfachten Darstellung an. Also der Markt hier an der oberen Grenze um die Marke 12.600. Jetzt läuft er hier gerade in der CFD-Indikation exakt hier nochmals ran. 600er Bereich, 650er Bereich auf dem oberen Bereich. Sehr, sehr wichtig. Ein sehr, sehr wichtiger Widerstand, den es jetzt heißt zu überschreiten. Und da wird es eben wirklich interessant für den DAX. Denn wenn der Markt das nachhaltig schafft, ist hier wirklich Luft nach oben. Und zwar in die Bereiche 730, 800 und 850. Das sind hier, ich zeichne erstmal ein, die Tiefs von Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, wo wir in dieser Seitwärtszone hier auf etwas höherer Ebene waren. Da haben wir hier ein paar Tiefs. Ich zeichne erstmal ein. Das ist zum einen dieses Tief und zum anderen diese ganzen Tiefs, die hier eben waren. Und das ist zum einen hier in etwa der Bereich 730 und hier oben der Bereich 850 beziehungsweise auch darunter dieses kleine Tief hier nochmal im 800er Bereich. Also, wenn der Markt es schafft, und es sieht ja jetzt hier auch da aus, dass der Dow Jones, den wir uns ja gleich anschauen, der hat heute, wo der Markt eben der DAX geschlossen hat, eigentlich vom Kernmarkt her, mal kurz die Reise nach unten nochmals angetreten. In der Fortsetzung von gestern ist hier eben nach unten gekommen, und konnte aber den kompletten Tag, den kompletten negativen Tag, den wir erst heute hatten, dann schon wieder nach oben zurückerobern, was da bedeutet, dass höchstwahrscheinlich der DAX auf einem ähnlichen Niveau eröffnen wird, wie er am Montag geschlossen hat. Somit definitiv über den Bereich 12.500, der hier eigentlich dieses kernunterstützende Niveau darstellen sollte. Der Bereich, auch für mich, für die kommenden Tage eigentlich der sehr, sehr wichtige Bereich, der Bereich 500 bzw. 450, das ist der Bereich bzw. noch knapp darunter. Diese zwei Bereiche, 500 und 450, sollten hier für den DAX die kernentscheidenden Bereiche sein. Solange der Markt darüber bleibt, ist es definitiv realistisch, dass wir hier auf der Oberseite weiterhin Kraft haben könnten, dass dieser nachhaltige Bruch des Bereiches 600 bzw. vielmehr des Bereiches 650 nach oben vollzogen werden kann und dann, wie gesagt, relativ zügig auch diese Bereiche 730 bzw. 800, 850 angelaufen werden können. Warum ist das so? Warum kann das schnell gehen? Zum einen natürlich, weil wir jetzt hier schon sehr, sehr lange, wir sind ja auf dem 4-Stunden-Chart, sehr, sehr lange in diesem Bereich hier hängen. Der Markt, auch hier zwar vergangene Woche nochmal kurz die Reise nach unten angetreten, dann aber auch relativ zügig aus dem 350er-Bereich wieder nach oben schießen konnte und hier dann nach wie vor in diesem Bereich um die Marke 500 bis 600 seitwärts schwankt. Also Kraft tanken könnte, man könnte es so werten. Erstmal die Kraft eben noch nicht auf der Oberseite finden konnte, aber jetzt mittlerweile hier doch diverse Orders liegen sollten. Und wenn man sich das mal anschaut, der Bereich zwischen 650 und dann im Prinzip 850, also hier dieser Bereich, der hier auf der Abwärtsseite relativ zügig durchstoßen wurde, hier auf der Aufwärtsseite relativ schnell durchstoßen wurde, das kann bedeuten oder bedeutet oft, dass es dann auch in der Zukunft relativ zügig gehen kann. Und alles deutet aktuell im DAX auch darauf hin, nichtsdestotrotz sollte man hier vorsichtig sein, nicht blind kaufen, das ist ganz wichtig, sondern eben auf vernünftige Setups warten, auf vernünftige Chancen-Risikoverhältnisse warten und vor allem, Entschuldigung, das Ganze nicht zu aggressiv fahren, solange wir noch hier unten sind. Denn es kann natürlich auch erstmal noch, wie gesagt, morgen, 2. Mai, Verzinsentscheidung erst abends um 20 Uhr, da läuft natürlich der komplette Handelstag erstmal an uns vorbei. Und oft ist es so, dass so vor so Verzinsentscheidungen oder eben auch vor den Non-Farm-Perols, der Markt etwas ruhiger ist, etwas langsamer ist, etwas vorsichtiger läuft, was da bedeuten könnte, dass wir hier auch erstmal in diesem Bereich noch ein bisschen seitwärts pendeln. Und wenn man hier dann schon sein komplettes Pulver verschießt, dann auch vielleicht ein bisschen übermütig oder ein bisschen zu aggressiv agiert und dann vielleicht trotzdem hier in diesem Bereich ausgestoppt wird, dann ist es natürlich relativ ungünstig. Also man sollte hier diesen Weg nach oben nicht ganz so aggressiv handeln, wenn dann aber hier der Markt vielleicht kurz vor dem Break ist, dann eben diesen Ausbruch auch antizipieren. Und das sind ja dann eben auch Setups, die ich ganz gerne handel, die wir auch täglich hier in den Livestreams dann entsprechend besprechen. Also hier definitiv erstmal der Weg nach oben frei. Sollten wir allerdings den 450er-Bereich dann nach unten durchstoßen, dann ist es schnell denkbar, dass wir auch in den 350er-Bereich dann wieder zurückrutschen. Das ist durchaus denkbar. Und sollten wir unter 350 nachhaltig rutschen. Nachhaltig bedeutet für mich ja immer, so in etwa auf einem Stundenebene, sollte ich hier eine Stunde dann auch mal unter dem 350er-Bereich schließen, dann wäre für mich auch relativ zügig die Abwärtsseite wieder interessant. Und das kann dann ebenso relativ zügig in den 12.200er-Bereich gehen. Weil hier kommt das nächste Kernunterstützungsniveau. Und da hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass diese Rutsche aus dem Bereich 350 in Richtung 200 und dann natürlich auch folgend tiefer relativ zügig vonstattengegangen sind. Und somit kann das, das hatten wir hier sogar auch nochmal, kann das natürlich jetzt hier ebenfalls schnell passieren. Und da müssen wir schauen, was machen die US-Märkte. Dann ist natürlich schnell der 12.000er-Bereich. Und natürlich dann auch definitiv hier unten die Bereiche der alten Tiefs, der Jahrestiefs durchaus realistisch denkbar. Aber da sind wir aktuell noch nicht. Wir sind aktuell hier oben. Das sind so Ziele, die dann eben jeweils abgearbeitet werden können auf der Abwärtsseite. Das haben wir auch in den letzten Analysen dann auch immer wieder besprochen. Aktuell sind wir hier oben. Aber da sehe ich eben, die Aufwärtsseite ist immer etwas langsamer. Und da brauchen wir dann schon Extremkraft, Extremkraft, um hier wirklich nachhaltig sogar über den Bereich 13.000 oder erst mal den 900er-Bereich und dann Richtung 13.000 zu steigen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Somit hier mein Zielbereich erst mal für die nächsten Tage 850. Sollten wir jedoch hier vielleicht am morgigen Tag schon so eine enorme Stärke sehen, dass am morgigen Tag vielleicht schon 850er-Bereich erreicht wird, dann können wir natürlich darüber sprechen, vielleicht hier noch höhere Ziele anzunehmen. Aber wir sehen das hier, dass wirklich nicht nur im 850er-Bereich, sondern dann auch in dem Bereich 12.900 die nächsten nicht zu verkennenden Widerstände kommen. Und die muss der Markt dann auch immer erst mal durchschreiten. Dann somit hier mit der Aufwärtsseite etwas vorsichtiger. Genauso hier die Abwärtsseite, also 12.2 ist hier allerdings auf der Abwärtsseite schnell denkbar. Das zum DAX. Wir wollen dann uns hier, ich will mich heute gar nicht so lange aufhalten an den Märkten, hier den US-Markt anschauen. Hier sieht aus charttechnischer Sicht das Bild nicht ganz so sauber aus. Wir haben definitiv im Dow Jones, aber auch im S&P hier aktuell eigentlich mehr aus charttechnischer Sicht Punkte, die für die Abwärtsseite sprechen. Man kann hier kurzfristiger Natur, langfristiger Natur, wir können das hier auf dem Tagesschart machen, da sieht man das auch relativ gut, das können wir auch gleich nochmal auf kurzfristiger Ebene machen. Man kann hier relativ sauber mehr oder weniger eine Trendlinie ziehen. Hier sind die Hochs zwar nicht ganz dran, aber man sieht, dass man hier auf jeden Fall fallende Hochs hat, was natürlich für die Abwärtsseite spricht. Aber hier unten in diesem Niveau 23.400 Unterstützung herrscht, was dafür spricht, wenn der Markt Schwäche hat, wenn der Markt Schwäche bekommen sollte, was er heute ja auch einmal wieder kurzzeitig hatte, gestern dann auch schon hatte, aber sich heute schnell wieder zurückgekämpft hat. Wenn wir hier Schwäche bekommen sollten, dann ist auf jeden Fall erstmal der Weg auf der Abwärtsseite in Richtung diesem Unterstützungsniveau 23.400 schnell, relativ schnell denkbar. Aber hier kommen noch so einige Punkte, wo der Markt dann auch immer mal wieder drehen kann. Also das kann hier durchaus auch in einem Zickzack gehen. Da muss man erstmal schauen, sollte der Markt jedoch dann irgendwann unter 23.400 rutschen, dann ist, wenn man das hier schaut, in das nächste Unterstützungsniveau oder aus diesem nächsten Unterstützungsniveau 22.100 beziehungsweise 22.150. Die Reise nach oben bis in diesen Widerstands- oder aktuell ja noch Unterstützungsbereich 23.400, die konnte der Markt hier auf Tagesbasis sehr, sehr sauber vollziehen. Was dann auch wieder bedeutet, ähnlich wie es eben auch im DAX war, wo ich dann eben diese Bereiche gezeigt habe, wo das in der Vergangenheit relativ zügig ging, dann kann das auch oft in der Zukunft relativ zügig gehen. Und dann ist so ein Bereich 23.400 bis 22.100 in etwa 1.200, 1.300 Punkte relativ schnell denkbar. Und wenn wir uns das hier mal in der Vergangenheit anschauen, und dass der Markt eben schnell Abwärtsbewegungen mal gezeigt hat, die in einem ähnlichen punktuellen Niveau waren, dann ist diese Reise natürlich hier unten relativ schnell denkbar. Und aktuell, wenn auch knapp, aber aktuell ist hier das Chartbild noch auf der Abwärtsseite. Vom Vorteil her widersprüchlich dagegen der DAX, was wir gerade besprochen haben. Sollte es allerdings hier im Dow Jones, und das kann natürlich auch relativ zügig passieren, mal hier noch ein Plustag rangehangen werden, dann sind wir übergeordnet auf charttechnischer Basis, relativ zügig auch hier wieder im Long-Bereich. Ich finde hier den Bereich 23.450 in etwa recht interessant für die Aufwärtsseite. Das ist hier aktuell diese gelbe Linie. Das ist zwar generell immer eine Schlusskurslinie von mir, aber die kommt ungefähr aus diesem Bereich. Wenn der Markt jetzt hier wieder etwas stärker findet, die er zum Beispiel sogar schon in der Nacht finden könnte und hier eben leicht anfängt zu steigen, dann ist eben diese grobe, grob eingezeichnete Trendlinie gebrochen. Dann sind hier auch entsprechende Widerstände gebrochen und dann kommt der Bereich 24.450 bis in etwa 24.550, den es dann heißt zu durchkämpfen, was durchaus Kraft benötigt, aber solch Kraft oder solch Market Mover kann zum Beispiel, wie gesagt, Fettzinsentscheidung, Non-Farm-Payrolls. Das sind alles Zahlen, die den Markt in die eine oder andere Richtung relativ schnell drücken können. Dann ist auch der Dow Jones natürlich schnell über diesen wichtigen Widerstandsbereich drüber und spätestens über 24.450 sollte hier dann die Aufwärtsseite interessant werden und dann kann es schnell in den 25.000er Bereich gehen. Und das ist hier auch vom Groben die Analyse, wie ich den Markt jetzt in den nächsten Tagen erst mal versuche zu handeln beziehungsweise hier der Tradingplan in der übergeordneten Zeiteinheit in etwa steht und ich dann natürlich diese entsprechenden Analysen runterbreche, dann auf den 4-Stunden-Chart, dann im Stunden-Chart analysiere. Man kann hier das Ganze im 4-Stunden-Chart sich auch nochmal anschauen. Die etwas große Trendlinie, die wir gerade eingezeichnet hatten, war bedingt durch diese Hochs. Man kann hier sogar auf kleinerer Zeitebene auch nochmal ganz grob, ich zeichne ja Trendlinien immer nur relativ grob ein, man kann auch hier diese Linie ziehen und diese spricht genauso für diesen Bereich 24.450 beziehungsweise wenn wir dann anfangen hier etwas zu steigen, sollten auch die Vorzeichen für den Dow Jones dann so langsam wieder positiv werden. Also wir sollten diese Trendlinie durchstoßen 24.450 und umso weiter wir steigen, wenn wir dann dieses Hoch hier überschreiten, vielleicht auch noch diesen wichtigen Bereich, den wir hier dann schon mal hatten, das ist in etwa der Bereich 24.575,80. Wenn wir dann langsam dort rüber kommen, dann ist hier diese Long-Seite erstmal wieder etwas interessanter. Wie gesagt, 25.000 ist dann auch nicht mehr so weit. Und wenn wir uns die gestrigen und den heutigen Tag angucken, mit dieser Erstabwärtsbewegung gestern, heute dann nochmal die Abwärtsbewegung und dann aber heute Nachmittag, Schrägstrich Abend, dann auch schon wieder stärker in den Markt reingekommen, dann ist es schnell denkbar, dass wir hier die Aufwärtsseite eben vollziehen. Wenn wir allerdings so bleiben, wie es aktuell ist, aus schadtechnischer Sicht, und der Markt nicht steigt, dann ist hier definitiv aktuell weiterhin die Abwärtsseite interessant. Und sollten wir in diesem Bereich jetzt hier bleiben, sollten wir auch vielleicht mit der US-Marktöffnung morgen um 15.30 Uhr hier in diesen Regionen verharren, um die Marke 24.000, dann ist es schnell denkbar, dass wir auch weiter abwärts rutschen. Was im Umkehrschluss auch für den DAX bedeuten würde, wir sollten ein bisschen aufpassen mit Käufen, wenn wir hier weiter Druck auf der Abwärtsseite sehen, wobei sich der DAX hier eben eigentlich noch verhältnismäßig stark hält, dafür, dass hier eben der Dow Jones doch gerade auch am Montag doch relativ stark abgegeben hat, verhältnismäßig, oder auf jeden Fall eine kleinere Momentumbewegung auf der Abwärtsseite hat. Der DAX hielt sich da noch. Müssen wir mal schauen, wie sich der Markt morgen verhält. Aber wenn wir hier nicht nennenswert großartig weiter steigen, dann ist es hier prinzipiell erstmal abwärts tendierend und dann ist es auch schnell denkbar, eben den 23.400er Bereich hier zu erreichen. Also das ist hier aktuell noch denkbar, aber ich würde es erstmal favorisieren, dass der Markt hier dann auch ein bisschen Stärke zeigt, noch bestimmte Bereiche nach oben durchstößt, um dann hier eigentlich viel mehr oder viel lieber die Longseite zu handeln. Und dann das Ganze in edentlicher Formation hier dann auch im S&P, wobei hier eigentlich der Bereich, der hier grau markiert ist, das ist der Bereich, Moment, schauen wir nochmal mit dem Kreuz, das ist so in etwa der Bereich 2673, 74 bis hinauf in den Bereich 2695. Dieser grau markierte Schiebezonenbereich, man sieht es, dass es oft von oben Unterstützung gab in diesem Bereich, dass es von unten oft Widerstand gab in diesem Bereich. Hier der Markt mal irgendwann mal kurz drüber ist, aber immer aus diesem Bereich entweder der Abpraller nach oben kam oder der Abpraller nach unten kam. Somit ist es jetzt hier ebenso wie im Dow Jones eigentlich für die Aufwärtsseite wichtig, dass wir diesen Bereich nach oben durchstoßen. Dass wir hier Kraft finden, dass der Markt Kraft findet, hier etwas Stärke findet, durch diesen Bereich durchläuft, um dann hier auch schadtechnisch dann in Richtung Long zu handeln. Aktuell sind wir noch, wenn man mal die Mitte dieses Bereiches nimmt, sind wir definitiv noch da drunter. Was eigentlich bedeutet, dass hier, wenn man hier auch diese Tiefs so ein bisschen miteinander verbindet, da kann man auch eine schöne Trendlinie ziehen, dass es jetzt hier schnell zügig auf der Abwärtsseite laufen kann. Nochmal ran an diese Trendlinie und dann ist es durchaus ein Setup, hier die Abwärtsseite zu handeln. Ja, und da spricht eben im Dow Jones und S&P, wie ich es anfänglich sagte, etwas mehr dafür aus schadtechnischer Sicht, hier die Abwärtsseite eventuell auch auf dem Schirm zu haben, als eigentlich aktuell die Long-Seite. Im DAX ist es wirklich etwas besser, etwas schadtechnisch sauberer die Aufwärtsseite. Somit hier sollte es auch zu etwas Stärke kommen, um jetzt hier nachhaltig trendfolgende Käufe eben zu absolvieren. Lieber erstmal vielleicht etwas vorsichtig oder sogar die Abwärtsseite. Und wie gesagt, wir müssen dann schauen, was dann eben am Mittwoch bzw. am Freitag die Fettentscheidung am Mittwoch bzw. dann die Non-Farmperos am Freitag sagen, ob es der Markt entsprechend schafft oder eben doch nach unten wegbricht, was dann natürlich auch für den DAX bedeuten sollte. Wir brechen nach unten weg. Also hier auch im S&P, wer sich jetzt die S&P-Analyse hier anschaut, erst sollte sich auf jeden Fall die Dow Jones-Analyse nochmal anschauen, weil bestimmte Kernpunkte, Kernfaktoren hier natürlich auch im Dow Jones eben dann auch für den S&P eine Rolle spielen und jeder, der sich das anschaut, sollte dann definitiv dann hier auch mal raufschauen. Kommen wir zu den Währungen. Schauen wir uns den Euro an. Der Euro nun endlich mal aus der Seitwärtsphase ausgebrochen. Wir haben hier den Tagesschart und wir hatten Ewigkeiten, wirklich Ewigkeiten. Den unteren Bereich um die Marke 1,22. Moment, ich muss die Farbe kurz noch ändern. Sondern wir hatten hier diese ewige Seitwärtszone. Immer wieder hat der Markt, hat der EURUS-Dollar in dieser Zone recht unvorteilhaft gedreht, führte bei meinem Trading dazu, dass ich dann schon auf ein Viertel der Positionsgröße runtergegangen bin, weil es eben kaum noch einen Trendvorteil gab, weil man wirklich nur noch auf kleineren Zeitebenen handeln konnte, mit teilweise relativ kleinen Zielen, die dann eben in Richtung unterer Grenze gehen. Wir hatten dann auch in diesem Bereich noch mal eine Schiebezone, die immer wieder wichtig war, wo wir dann auf der Aufwärtsseite immer mal Versuche hatten, wo wir auf der Abwärtsseite Versuche hatten. Also wirklich sehr, sehr unverdauerhaft. Und jetzt kam der Bruch und auch hier hatte ich es gesagt, ähnlich wie ich es gerade dann auch in den anderen Märkten, in den Indizes beschrieben habe, wenn man in der Vergangenheit, und hier hat der Markt das schon gemacht, und das habe ich aber auch in den letzten Analysen, in den Livestreams dann immer wieder angesprochen, wir haben hier auf der Aufwärtsseite aus dem Bereich 1,2050 in etwa kommend in den Bereich 1,22, das ist ja hier ein Tagesschart, einen Tag gehabt, der diesen Bereich sehr, sehr sauber nach oben vollzogen hat. In der Vergangenheit war da schon lange nichts mehr. Und ich hatte gesagt, dass es eben denkbar ist, und so ist es im Endeffekt auch gekommen, dass der Bereich hier in Richtung 1,2050 relativ schnell vonstatten gehen kann. Dann kam direkt in den Bereich 1,2050 erstmal eine Gegenreaktion, und jetzt ist der Markt weiter auf der Abwärtsseite eben hier pushend unterwegs, und das eigentlich nächste Kernunterstützungsniveau kommt in etwa, man hat natürlich hier diese Hochs, die liegen in etwa bei 1,1930, ich würde aber permanent, oder primär eigentlich sagen, dass der Markt durchaus Potenzial hat, hier in den 1,19er Bereich zu rutschen. In diesem Bereich könnte dann erstmal prinzipiell die nächste Gegenbewegung kommen, erneut in 1,2050, und dann gegebenenfalls in das nächste Unterstützungsniveau zu rutschen. Wir sind auf der Abwärtsseite erstmal angeschlagen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass dieser Ausrutscher nach unten definitiv auch ein Fake sein kann. Somit bin ich hier von meinem Trading her aktuell zwar jetzt schon langsam wieder etwas höher von der Positionsgröße, aber noch nicht auf vollem Niveau, weil prinzipiell, das darf man wirklich hier nicht vergessen, dafür gucken wir uns mal den Wochenchart an, prinzipiell ist der Euro-S-Dollar aufwärts gerichtet. Und diese Gegenbewegung, die wir jetzt hier gerade sehen, aus charttechnischer Sicht, auf Wochenschartbasis, Moment, haben wir den Pfeil, wir sind aufwärts, wir haben etwas korrigiert, konsolidiert, wir sind aufwärts, wir haben etwas konsolidiert, erst prinzipiell nur in diesem Bereich, dieser Hochs hier, charttechnisch auf Wochenbasis noch gar nichts, da spricht hier erstmal auf Wochenbasis nichts dafür, dass es hier irgendwie nachhaltig eben abwärts geht, um hier dann eben aus diesem Bereich gegebenenfalls erneut die Aufwärtsseite zu fahren. Und es sind oft dann solche Bewegungen, wie sie gerade stattfinden, die dann eben zum Luftholen dann doch nochmal genutzt werden, um nachhaltig nach oben abzudrehen. Allerdings muss man hier sagen, dass dieser Unterstützungsbereich natürlich wichtig ist und der ein oder andere heute im Livestream hat auch gesagt, okay, hier der Bereich um die Marke knapp unter 1,20, ist für mich interessant für den Kauf, das ist auch prinzipiell nicht so verkehrt, ist allerdings ein bisschen interessanter am britischen Fund, da kommen wir gleich drauf, dass man hier eben mal antizyklisch, beziehungsweise prozyklisch auf sehr, sehr hoher Ebene, hier auf Wochenbasis, dann eben auch mal den Markt kauft. Einfach nur trendfolgend mit dem Gedanken, dass es hier nach oben weitergeht. Aber was ich jetzt prinzipiell sagen möchte, wir sind seit, schauen wir mal, wo hier diese Abwärtsbewegung begonnen hat, 17.04. Das sind jetzt fast zwei Wochen, wo der Markt hier wirklich schön sauber Trendfolgen, ganz schöner Trend ausgebaut und hier eben abwärts läuft. Abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, aufwärts kann durchaus weiter nach unten gehen. Aber wir wissen jetzt, übergeordnet ist hier unten Unterstützung und was dafür spricht, dass wir hier dann auch aus diesem Bereich, und das muss nicht sofort morgen passieren, allerdings ist natürlich die Fettzinsentscheidung auch für den Euro-US-Dollar relativ wichtig. Somit kann es hier schnell nach oben gehen, ja, also wenn man hier long ist und dann vielleicht auch vor der Fettzinsentscheidung vielleicht schon so ein paar Pünktchen im Profit ist, oder Pips im Profit ist, ich meine jetzt mit Profit nicht nur 3, 4 Pips, sondern wenn man hier 30, 40, 60, 70 Pips vielleicht vorne ist, also es wirklich hier mit dem Einstieg knapp unter dem 1,20er-Bereich recht gut erwischt hat, wir sind aktuell noch in dem Bereich, und der Markt morgen dann um 20 Uhr mit der Fettzinsentscheidung vielleicht schon in dem 1,20, 50er, 1,20, 60er-Bereich ist, also hier in dieser Bewegung oder diese Bewegung, diese erste Bewegung nach oben, diese erste Erholung nach oben vielleicht schon vollzogen hat, dann kann man auch mal darauf spekulieren, diese Position zu halten, weil es kann dann natürlich relativ zügig gehen, also Einstieg in diesen unteren Bereich, wo wir aktuell uns auch noch befinden, wir sind dann vielleicht um 20 Uhr, das sind dann auch Dinge, die ich persönlich ganz gerne immer mal mache, wir sind dann vielleicht um 20 Uhr hier in diesem Bereich, und dann habe ich den Stop hier dann eben nicht auf dem Einstiegsbereich, sondern würde dann den Stop auch schon leicht ins Plus ziehen, wenigstens so 5, 6, 7 Pips, weil wenn natürlich der Markt jetzt hier mit der Verzinsentscheidung statt nach oben, wie wir es für diese Position ganz gern haben wollen würden, dann doch nach unten wegbricht, dann entsteht hier natürlich die Gefahr einer etwas größeren oder einer etwas schlechteren Ausführung, dass die Slippage, also der Spread hier etwas höher wird, dass der Stop etwas schlechter ausgeführt wird, und ich möchte natürlich aus solch einer Position nicht zwingend im Minus rausfliegen, somit würde ich mir hier auf jeden Fall 5, 6, 7 Pips absichern, weil dann das natürlich definitiv sein kann, dass der Markt nach unten wegpfeift. Aber prinzipiell sind wir erstmal noch abwärts gerichtet, und solange der Markt mir das hier nicht zeigt, dass er aufwärts möchte, wäre ich hier persönlich erstmal aus konservativer Sicht erstmal vorsichtig, er sollte dann wenigstens solch eine Bewegung hier in irgendeiner Art und Weise vollziehen, und wenn dann so ein Hoch gebrochen wird, dann wird es interessant, dann hier auch die Long-Seite zu handeln, und dann ist es durchaus denkbar, das hatte ich dann heute auch schon mal gesagt, Moment, das wollte ich jetzt hier so nicht zeichnen, Moment, 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 dann ist es durchaus denkbar, dass wir auf jeden Fall hier den nächsten Widerstand 1,22 erreichen können. Das ist hier übergeordnet denkbar, und somit wäre das auch mit dem Unterstützungsniveau hier mit dem 1,20er Bereich dann eben eine realistische Bewegung für die kommende Woche, aber wie gesagt, Fettzinsentscheidung morgen 20 Uhr, beziehungsweise Nonfamperos, dann am Freitag 14.30 Uhr, können hier Pushs geben. Und dann schauen wir uns den britischen Fund an, denn hier sind wir ebenso auf einem sehr, sehr interessanten Unterstützungsniveau, auch das können wir uns auf Tagesschartbasis hier anschauen. Wir hatten hier zum einen im August, Anfang September eben einen interessanten letzten Hochpunkt, auch hier hatte ich diese Abwärtsbewegung, die jetzt hier schnell vollzogen wurde, vorangekündigt, hatte gesagt, es ist nicht nur im EURUS-Dollar interessant, hier dann diesen Bruch nach unten zu handeln, sondern es ist definitiv auch im britischen Fund interessant, sind exakt in dieses Unterstützungsniveau, diese alten Hochs hier gelaufen. Somit ist es hier genauso denkbar, und ich finde, dass es hier eigentlich noch viel interessanter ist, diesen Weg nach oben zu handeln, weil er ebenso sehr, sehr sauber in der Vergangenheit gelaufen ist. und noch zusätzlich, zusätzlich, schauen wir noch mal ganz kurz auf den Euro, Moment, 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 wir sind hier vorne, schaut mal, wo die Bewegung, diese Abwärtsbewegung hier im Euro gestartet ist, ja, und wo sie im britischen Fund gestartet ist, und zwar hat der britische Fund hier noch mal neue Bewegungshochs ausgebaut. Wir hatten hier auch die Aufwärtsseite, primär im britischen Fund, viel mehr im Fokus als im EURUS-Dollar, weil zum einen der britische Fund generell etwas sauberer trendfolgend oder generell charttechnisch sauber lief und hier auch mehr Stärke zeigte. Somit hier erstmal die Aufwärtsseite interessanter gewesen und jetzt hier die letzte Abwärtsbewegung in Pips, in Punkten etwas größer war. Was natürlich dann auch dafür spricht, wenn wir in beiden Märkten ein Unterstützungsniveau haben, dass das Potenzial der Bewegungen und auch die Volatilitäten, also der Volatilitätsmesser, die ATR, da unten zeigt das, dass die Volatilität im britischen Fund etwas interessanter ist als im EURUS-Dollar. Somit hier diese Gegenbewegung, und ich hatte das heute auch schon im Livestream erwähnt, diese Gegenbewegung nach oben, wenn man denn darauf setzt und wenn man hier eventuell die Vorzeichen dafür oder die Setups, Träger, wie man auch immer das dann macht von der Strategie her, dann eben bekommt, dann würde ich das persönlich lieber im britischen Fund umsetzen wollen, weil hier einfach die Bewegungs- oder das Potenzial etwas größer ist und das natürlich dann eben sich auch vom Ergebnis her gegebenenfalls widerspiegelt, dass der Markt hier besser auf der Aufwärtsseite pushen kann. Nichtsdestotrotz ist das hier ganz klar auch im britischen Fund eine antizyklische Idee, weil der Markt einfach hier in den letzten Tagen auf der Abwärtsseite läuft, das ist klar, und hier natürlich das Potenzial einer Gegenbewegung da ist, aber man darf auch hier nicht vergessen, dass es definitiv Unterstützungsniveaus gibt, hier in dem Bereich, dann gucken wir mal, ja, dann kommt hier gar nicht mehr so viel, dann kann hier dieser Bereich hier, der kann nochmal ein bisschen unterstützend wirken, aber eigentlich kommt dann hier erst das nächste Unterstützungsniveau um die Mark 1,33, knapp da drunter. Also da ist natürlich jetzt hier Puffer auf der Abwärtsseite, was dann auch höchstwahrscheinlich, wenn wir jetzt erstmal so laufen, wie ich mir das denke, generell dann auch die Abwärtsseite hier für die kommende Woche vielleicht dann wieder interessant wird. Nicht vergessen, wir sind hier auf einem Tagesschart, dass natürlich solche große Bewegungen hier nicht innerhalb von anderthalb Tagen stattfinden, das ist relativ klar, selbst mit Non-Famperols und Fettzinsentscheidungen ist das relativ sportlich, wäre das relativ sportlich von den Zielen her. Also hier eben schauen, generell erstmal gucken, die Aufwärtsseite interessant, und dann wird es natürlich generell, wer eben hier nicht antizyklisch handeln möchte, der sollte trotzdem auf jeden Fall hier eben eine Erholung abwarten, man könnte dann hier die Erholung an dieses Tief, an dieses Tief, beziehungsweise dann eben an den Bereich 1,38 definitiv abwarten, um dann entsprechend, ich zeichne das mal hier ein, dann eben prozyklisch zu der aktuellen Bewegung jeweils die Abwärtsseite einzugehen. Ich würde hier erstmal als erstes Ziel diese Bewegungstiefs nutzen, beziehungsweise dann hatten wir ja gerade geschaut, dass hier in diesem Bereich dann das nächste Unterstützungsniveau herrscht, und dann kann man hier die Dinger auch so ein Stück laufen lassen, beziehungsweise wenn man dann eben wirklich lange laufen lassen möchte, hatten wir gerade eingezeichnet, dass hier unten dann das nächste Unterstützungsniveau kommt. Wer sich diese Analyse vom British Fund jetzt nur anschaut, sollte sich auf jeden Fall vorher auch die EURUS-Dollar-Analyse nochmal anschauen, weil hier eben Kernpunkte genannt werden, die dann hier eben definitiv auch für die Märkte eine Rolle spielen. Gucken wir uns auf das Gold an. Gold ebenfalls, ein bisschen blöd für mich, weil ich habe hier eigentlich aus einem Zwing-Trade laufen, und wir sehen hier diese gestrichelte rote Linie, das ist der Stop für meinen Zwing-Trade, den ich hier oben eingegangen bin. Die Kernüberlegung dazu will ich jetzt gar nicht grundlegend ausmalen, aber die Kernüberlegung war, das oder ist nach wie vor, und ich würde sie auch, wenn ich jetzt hier ausgestoppt werde, nicht verwerfen, sondern eben schauen, ob man hier vielleicht sogar nochmal ein Re-Entry macht, je nachdem wie sich das Gold verhält. Wir hatten hier eine Seitwärtszone, wir sind vorher eben von unten gekommen, ganz klar, 2017 war hier ein Aufwärtsjahr, und mein Gedanke war jetzt, wenn wir jetzt hier Kraft sammeln in diesem Bereich, dass wir dann eben Potenzial haben, hier aus diesem Bereich nach oben rauszubrechen. Erster Versuch für diese sehr, sehr große Überlegung, somit eine sehr, sehr kleine Positionsgröße, mit einem sehr, sehr kleinen Risiko im Verhältnis zum Konto. Also das tut jetzt nicht weh, wenn jetzt hier große Dollar-Zahlen eben als Stop im Raum stehen, wenn die Positionsgröße entsprechend klein gewählt wird, dann ist das auch nicht so schlimm. Und das ist jetzt hier die Kernüberlegung. Aber der Markt zeigt uns aktuell wirklich was anderes. Der Markt ist hier ähnlich wie der EURUS-Dollar, ähnlich wie der britische Fund. Erstmal in den letzten Tagen, wir haben hier den 4-Stunden-Schatz abwärts gerichtet. Wer hat denn hier auch primär die Abwärtsseite mehrfach auf dem Schirm? Hatte hier oben schon gesagt, wenn der Bruch nach unten kommt, erstmal in 13,35. Ich habe dann generell gesagt, unter 13,35 ist der Markt für mich persönlich tendenziell mehr auf der Abwärtsseite unterwegs. Der Markt ist immer wunderbar in die nächsten Unterstützungsniveaus gelaufen. An den Widerstand, Unterstützungsniveaus, Widerstand, Unterstützungsniveau, Widerstand, Unterstützungsniveau. Und so ging das wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt müssen wir hier mal schauen, ich bin im Gold aktuell sehr, sehr vorsichtig, weil, nicht nur, weil ich jetzt hier meine Idee irgendwo habe, dass der Markt long läuft. Nein, wir sind aktuell zwar leicht drunter, aber eigentlich sind wir exakt an der unteren Grenze dieser Seitwärtsschiebezone, die wir hier ebenfalls seit Wochen und Monaten haben. Der 13,05er Bereich, in dem wir aktuell sind, den haben wir ganz, ganz oft schon im Mund gehabt, in den Livestreams, in den Trading-Wochenanalysen, hier als untere Grenze, beziehungsweise ist der Markt hier, man sieht es ja, bis öfteren in diesem Bereich gelaufen, was eben definitiv auch immer dann ein Ziel war. Deswegen auch der Stop hier drunter, dann auch zusätzlich nochmal der Stop unter 1300, einfach psychologische Marke auch nochmal hier als Unterstützung. Ich denke, dass es auch hier denkbar ist, dass dieser Bereich 13,05, 13,04, 13,03 nicht in einem Zug durchstoßen wird. Der Markt kann einem eines Besseren belehren, aber ich würde hier auch mal schauen, beziehungsweise gucken, dass der Markt wirklich ein Potenzial hat, hier auch nochmal sich so ein bisschen zu erholen, was für mich zum einen interessant wäre, hier untergeordnet, auf kurzfristigen Ebenen, natürlich die Abwärtsseite zu handeln. Ja, auch eine etwas stärkere Erholung wäre hier erstmal auf der Abwärtsseite interessant. Natürlich nicht bis nach oben 13,35, weil das hier erstmal auf den übergeordneten Ebenen natürlich so der entscheidende Bereich ist. Ja, also generell hatten wir immer gesagt, unter 13,35 ist die Abwärtsseite interessant. Erst wenn wir den 13,35er Bereich nach oben durchstoßen, werden Long-Setups wieder interessant. Das ist natürlich aktuell nicht so, weil wir doch jetzt relativ stark pushend auf der Abwärtsseite waren. Und ich würde hier, das hatten wir auch in den letzten Analysen des öfteren, auch im Trading, den 13,15er Bereich. Sollten wir hier drunter bleiben, unter 13,15, Moment, das ist, nein, 13,20, entschuldigt, 13,20, unter 13,20 bleiben. Das ist der Bereich. Dann wäre hier auf jeden Fall weiterhin die Short-Idee denkbar, der Short-Setups denkbar, auch mit dem Potenzial, dass wir diesen Bereich nach unten brechen, 1300 anlaufen und gegebenenfalls tiefer laufen, weil der nächste unterstützende Bereich kommt dann eigentlich erst im 12.090, 12.290 Bereich. Also das hier weiterhin durchaus denkbar, Abwärtsseite, sollten wir aber 13,20 nach oben durchstoßen, würde ich mir dann auch schon mal überlegen, wie wir da vorsichtig mal die Long-Seite zu handeln, in Richtung 13,35. Natürlich, wenn wir dann hier drüber laufen, dann wird das sowieso wieder interessant für die Long-Seite. Das, der grobe Gedanke fürs Gold. Ich bin im Gold, wie gesagt, erst mal so ein bisschen vorsichtig, gucken, wie verhält er sich da, wie verhält er sich mit der Fettzinsentscheidung, wie verhält er sich mit den Nonfamperols und mir vielleicht den einen oder anderen Träten noch abzusetzen. Mal gucken, mal schauen, was das Gold uns gibt und werden es natürlich auch hier täglich beleuchten in den Livestreams. Entschuldige. Kommen wir zu meinen Freunden, Brand Crude und WTI Crude, abschließend zu den Ölen. Die Öle weiterhin sehr, sehr stark. Wir gucken hier mal erst mal auf dem Tagesschart. Wir sehen, dass wirklich der Markt sehr, sehr stark ist oder die Märkte sehr, sehr stark sind. Auch hier WTI auf Tagesbasis auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir sehen hier, dass der Bereich 69,50 aktuell der Kernwiderstand ist, wo der Markt jetzt hier schon dreimal gegengelaufen ist. Wir haben nicht so eindeutig hier den Bereich, müssen wir mal gucken, Brand, was jetzt hier das Hoch war, 75,50 in etwa hier das Hoch, was jetzt erst mal als Widerstand im Raum steht, als generelle Aufwärtsbewegungshöhepunkt, als Aufwärtsbewegungshoch steht dieser Bereich hier im Raum. Und wir sehen auch, dass wir generell aufwärts tentierend sind, was natürlich auch weiterhin erst mal bedeutet, Öl kann weiter nach oben gehen. Und es ist einfach im WTI etwas eindeutiger, das eben schadtechnisch auseinander zu pflücken. Somit bleiben wir auch mal im WTI. Und man kann auch hier natürlich WTI und Brand, beides sind Ölsorten, beide sind eben relativ stark miteinander positiv korrelierend. Also wenn das eine Öl nach oben geht, geht in der Regel tendenziell das andere Öl auch nach oben. Und umgedrehterweise, wenn das eine Öl fällt, fällt in der Regel auch tendenziell das andere Öl. Somit bleiben wir jetzt hier mal heute, sonst switche ich mal so ein bisschen mehr hin und her zwischen WTI und Brand. Bleiben wir hier mal im WTI. Ich würde prinzipiell sagen, für mich persönlich vom Handeln her, solange WTI oberhalb hier dieser beiden Hochs bleibt, das habe ich auch schon mal im Live-Trading beziehungsweise in den Live-Streams im Prinzip dargestellt. Und das ist der Bereich, ich muss noch mal gucken, um die Marke, was haben wir hier, 66,30 in etwa. Man kann gerne hier auch noch mal in den 65,50er Bereich gehen. Also dieses Hoch, dieses Tief hier unten. Also wenn jetzt Öl hier noch mal so ein bisschen Schwäche zeigt, ist es durchaus denkbar, dass wir weiter natürlich aufwärts pushend unterwegs sind. Die Abwärtsseite ist aktuell noch nicht interessant. Schadtechnisch trendfolgend sind wir hier noch nicht auf einem Weg, hier in irgendeiner Art und Weise die Abwärtsseite zu spielen. Wir haben hier diese Hochs, die sauber mit einer Trendlinie zu verbinden sind. Wir sind dann von der Amplitude, von der Trendstärke sogar noch stärker gewesen. Man könnte hier jetzt noch ganz stark mal so eine Trendlinie zeichnen, wobei ich das eben nicht so gut finde. Aber prinzipiell ist es hier wirklich klar ersichtlich auf Tagesbasis, dass wir eine sehr, sehr klare Trendlinie haben und dass es hier somit noch einen Weichen theoretisch dauert, bis hier dann mal trendwendend die Abwärtsseite interessant wird. Ja und zwar erst, wenn wir hier die Trendlinie nach unten durchstoßen. Somit sollte man hier erst mal auf Tagesschartbasis, was übergeordnet bedeutet, mit der Short-Seite vorsichtig sein. Es ist durchaus denkbar, definitiv realistisch, dass wir in den Ölen natürlich neue Bewegungshochs sehen. Und wir haben die Bereiche, die habe ich hier eingezeichnet, wo diese Bewegungshochs dann eben auch erst mal weiterhin denkbar sind, beziehungsweise handelbar sind. Also hier dieser Bereich, solange sich der Markt oberhalb befindet, sind Long-Setups definitiv denkbar, nach leichten Erholungen. Ich wäre etwas vorsichtig, wobei es jetzt hier im WTI auch durchaus denkbar ist, durch diese dreifachen Hochs hier oben. Wir können uns das jetzt auch auf dem 4-Stunden-Chart einfach mal anschauen. Wir sehen, dass wir hier oben, und man kann hier sogar so eine kleine Trendlinie zeichnen, die dann gar nicht so interessant, so uninteressant ist, diesen Break dann eben zu handeln, wenn wir hier diese drei Hochs, naja, ein bisschen schief, aber ihr wisst, was ich meine, also wenn hier diese Trendlinie, wer sich hier unten nicht traut, mit den Unterstützungen den Markt zu kaufen, also wenn wir hier ranlaufen, dann nach oben zu handeln, beziehungsweise hatte ich ja gesagt, dass es auch durchaus noch denkbar ist, hier durch dieses Hoch, durch dieses Hoch, dass wir hier vielleicht noch ein kleines Stück tiefer pushen, um dann die Aufwärtsseite zu handeln, der könnte es dann natürlich auch versuchen, mit dem Break dieser Trendlinie, die ja dann sich hier in etwa so weiter führt, dann eben erst hier die Aufwärtsseite zu handeln, zum einen zum Beispiel das abzuwarten, dass es nach oben geht, um dann hier eben zu einem Test zu handeln, oder natürlich diesen direkten Durchbruch, ja, das wären Setups für die Aufwärtsseite, Setups auch wären es, wenn der Markt eben leicht nach unten läuft, und wenn wir hier aber eben dann etwa 65 nach unten durchstoßen sollten, dann wird es für die Aufwärtsseite erst mal etwas uninteressant, das ist in etwa der Bereich, und dann kann es hier durchaus sein, dass wir hier diese Aufwärts, Moment, ich zeichne das hier auch nochmal ein, in etwa so eine Trendlinie, ja, wenn wir hier dann eben langsam nach unten kommen, 65 nach unten durchstoßen, dann haben wir hier erst mal noch so, Moment, wir nehmen mal eine andere Farbe, nehmen wir mal lila, dann haben wir hier natürlich erst mal zwischen 65 und dem Unterstützungsniveau 64, 20, so ein bisschen so Niemandsland, wo man schon mal langsam über die Abwärtsseite nachdenken kann, sollten wir dann aber hier eben diese Trendlinie, beziehungsweise für mich ja viel wichtiger hier, dieses Unterstützungsniveau 63,50 in etwa nach unten durchstoßen, das ist etwa das hier, dann wird die Abwärtsseite interessant, und dann kann es hier auch gegebenenfalls etwas zügiger auf der Abwärtsseite vollzogen, oder Bewegungen vollzogen werden. Da sind wir aktuell noch nicht, wir sind aktuell auf hohem Niveau, somit würde ich hier persönlich die Aufwärtsseite favorisieren wollen, auch gegebenenfalls mit einem Break hier dieser Trendlinie, was ja immer ein relativ aggressives Setup ist, hier eben Breakouts zu handeln, ich persönlich handele ja lieber nach Rücksetzern, dann die Aufwärtsseite, weil einfach die Chance-Risiko-Verhältnisse oft die besseren sind, aber wenn der Markt eben vielleicht diese Schwäche gar nicht mehr zeigt, sondern hier generell relativ zügig nach oben steigt, dann ist hier natürlich weiterhin die Aufwärtsseite denkbar. Definitiv dann, können wir uns dann auch nochmal anschauen, auf Tagesschart-Basis, dann ist es hier durchaus denkbar, dass wir weiter in Richtung 7310 laufen, und wenn man sich das dann mal ganz lang anschaut, auf ganz langer Ebene, dann sehen wir, dass wir hier mit dem Break dieses Hochs, und im Brand ist das noch ein bisschen eindeutiger gewesen, gucken wir hier mal, diese Abwärtsbewegung hier, und wie gesagt, beide Öle laufen ja tendenziell gleich, und hier kommt wieder das, was ich vorhin schon des Öfteren in anderen Märkten gesagt habe, wenn wir in der Vergangenheit eine Bewegung hatten, die sehr, sehr sauber, ohne jegliche Unterstützung, wirklich sehr, sehr sauber durchzogen oder vollzogen wurde, dann ist es, wir sind zwar hier auf einem Wochenchart, definitiv denkbar, dass wir, ich will es jetzt nicht übertreiben, also hier kommen natürlich auch noch Punkte, aber warum denn nicht? Warum soll denn jetzt hier nicht relativ sauber, immer weiter, immer weiter, immer weiter, auch mal Öl auf der Aufwärtsseite wieder laufen? Wir waren jetzt lange genug hier im billigen Bereich, wir waren, das ist hier Anfang 2015, wir waren tief hier unter 30 Dollar, ja, und sind jetzt schon aus 30 in Richtung 70, beziehungsweise drüber gelaufen, also wir haben hier schon über 100% wieder Verdopplung des Preises gehabt, und warum denn nicht jetzt hier auch wieder in etwas teureren Niveaus? Ich sage mal, das soll jetzt hier, das ist hier natürlich auch über ein halbes Jahr, diese Bewegung, also das ist jetzt hier keine Analyse für Mittwoch, Donnerstag und Freitag, ja, aber ich will einfach mal generell sagen, weil viele oder viele haben ein Problem damit, sich das vorzustellen, dass es hier nach oben weitergehen kann, ja, und es ist nach wie vor, und wir hatten das in dem vergangenen Jahr in den Indizes sehr schön, wir hatten es in dem DAX sehr schön, dass wir immer wieder neue Hochs, neue Hochs, neue Hochs, neue Hochs ausgebaut haben, immer wieder neue Allzeithochs, neue Allzeithochs, neue Allzeithochs, somit ist es hier natürlich prinzipiell im Öl auch denkbar, dass wir immer weiter nach oben laufen, ja, also hier muss man nicht zwingend jetzt immer wieder die Abwärtsseite, die Abwärtsseite, die Abwärtsseite, weil wir sind ja jetzt hier schon teuer im Öl, nein, es muss nicht teuer bedeuten, und von daher ist es hier auch denkbar, dass es weiter nach oben geht, und die entsprechende Long-Analyse hatten wir jetzt gerade im WTI gemacht, und das ist im Brent im Prinzip nichts anderes, das soll es an dieser Stelle gewesen sein, Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 18, hier lediglich, jetzt in Anführungsstrichen, lediglich für die Handelstage 2. Mai bis 4. Mai, am Mittwoch, dann hier die Fettsinsentscheidung um 20 Uhr, und am Freitag, Nonfamperos 14.30 Uhr, wichtig zu beachten, von den Volatilitäten her, in diesem Sinne, ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading, und wir hören uns natürlich täglich hier, wieder zu den Livestreams, morgens DAX Long & Short, nachmittags hier US Opening Bell, und natürlich noch zusätzliche Videos von meiner Seite, auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers, in diesem Sinne, bis dahin, ich freue mich auf euch, euer Markus Klebe, bye bye und ciao!